Ein klassisches Informatikstudium bringt eigentlich aktuell gar nichts mehr. KI verändert jetzt schon den kompletten Arbeitsalltag von uns allen. Von Selbstdenken hin zu korrigieren und nachrecherchieren. Und das wird nicht weniger werden, bis ihr mit dem Studium durch seid. Also lieber doch nicht studieren? Naja, doch. Ich arbeite mit der Fachhochschule der Wirtschaft zusammen, die übrigens am 25.02. ihre Campus Days veranstalten. Sie sagen, der Wandel ist eigentlich was Gutes. Die langweiligen Tätigkeiten werden einfacher, während die spannenden Themen mehr werden. Weniger Fehler suchen, mehr entwerfen von Software, wie man es im Studiengang Software Development lernt. Dazu braucht man aber sogar ein tieferes Verständnis der Informatik als davor. Denn man muss ja die ganzen Stücke der KI zusammenpuzzeln und dazu muss man sie erstmal verstehen. Deshalb holt euch mehr Infos über den Campus Day über den Link in der Bio. Spannender Wechsel, das heißt aber.